20, da sitzt es aber auch ewig und drei Tage. Ich meine, der einarmige Bandit wäre wahrscheinlich am günstigsten vom Gewinn her, aber es ist pur luck bei dem Ding. Hier kannst du es wenigstens noch halbwegs steuern, sodass das andere Ding bin ich aber zu alt. Da ist meine Reaktion zeitlich die beste, wie man gesehen hat. Aber Shooter waren noch nie meins. Wundert mich, dass das hier so reibungslos klappt. Wir machen nochmal einen und dann gucken wir mal, wie viele Punkte wir haben. Läuft, so. 168. Wir brauchen 225, ne? Gut, dann. Nochmal! Dart habe ich als Jugendlicher viel gespielt. Irgendwie ist das auch so in Vergessenheit geraten, gefühlt. Ich habe mal von meiner Oma so eine Dartscheibe bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Ding gemacht habe, aber haben tue ich das Ding auch nicht mehr. So eine elektronische, war ganz cool. Was sind so Sachen? Das ist so 90er, 2000er Ding. Das ist heutzutage, das macht kaum noch jemand. Oder halt, wenn du wirklich in der Kneipe wahrscheinlich gehst, was aktuell sowieso. Covid und so. So. Oh, schade. Schade. Naja. Passt. Irgendwie so halb. Ganz knapp dabei. Wieder mal ein Highscore hinzulegen, aber ne. So. Mal schauen. Ja. Sogar mehr Punkte, als wir brauchen. Was gibt es denn eigentlich am besten hier? Also ein Teddy wäre vielleicht auch ganz nice, ne? Aber dann hatte ich ihr schon mal geschenkt. War nix für sie. Das war so, ja ist okay. Na dann. Bisschen Spielhalle heute. Ja. Vor allem, Porsche hat noch tonnenweise Achievements. Ich weiß gar nicht. Ähm. Entschuldigung, Mint. Ich weiß gar nicht, was ich da alles noch holen soll. Ähm. Ginger. So hier unten wieder, oder? Oder auch nicht. Hm. Oder ist ich schon wieder zu Hause? Hm. Auch. Also schau. Wir jungen Gel ist da. Minden ist da. Russell ist da. ne hi hi gill oh man Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut. Wo ist die Dame denn? So, kann ich denn eigentlich jetzt mittlerweile schon die Ledergürtel in Auftrag geben? Nee. Weil? Das ist noch eine Arbeit, okay. Oh, da hat der Ding keinen Strom wieder. Mal gucken. Würde mich jetzt nicht wundern. Nee, ist am Arbeiten, okay. Dauert einfach noch. Ist am Rabotten. So. Wo ist die Dame denn mit den Problemen hier? Läuft sie denn immer lang? Ich weiß, sie waren hier unten, also wir gehen in die Richtung, äh, Richtung Wüste. Ach, da sind sie doch. Ach. Was ein Stress. Hi. Äh. Da. Ja, guck mal, Reise nach Osten. Danke. Das ist sehr nett. Nächste Zeit, geh einfach mit mir auf eine Reise. Das würde ich ja machen, aber dein Bruder ist immer bei dir. Das ist ein bisschen weird. Ah. So. Was haben diese drei Punkte eigentlich ausgemacht? Beziehungstechnisch haben wir das Auftrag hier hoch. Ja, schon ein bisschen, ne? Wie ist denn das beziehungstechnisch, wenn ich jetzt Gast vermöbel? Weil Ginger vermöbeln ist nicht aufgrund ihrer Gesundheitsgeschichte. Training? Nur mal so. Ich frag mal so von Freund. Beziehung bei Gast 1 hoch. Okay. Äh, wie ist das? Stern, 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 Papier. Stern, 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 Stern. Das haben wir dann auch mal geschafft. Gut, dann gibt's hier morgen noch ein paar Bühnchen, wenn wir dazu kommen. Wir müssen uns ein bisschen um die Gute kümmern. So, warte mal, ich kann doch auch. Cookies kaufen. Waren zwar teuer, aber... Meine Fresse, teuerstes Brot ever, ey. Was ist denn hier für eine Inflation durchgerannt? Zehn Brot, 600 Gold. Yo. Fast 700. Oh, da können wir was ernten. Hopp. Hopp. Cellulite von den Bäumen. Das sieht soweit okay aus. Ah, der braucht Dünger. Definitiv. Gut. Ab in die Kiste. Jeder Gürtel machen wir dann später. Schauen wir mal, was die Sequenz sagt. Und, oder... Der Post. Wintersonnenwende. Wann ist das die Wende? Heute. Zehn bis 15. Feuertopf. Na dann. Guck mal, was was Scharfes finden. Nimm was mit. Post. Das passt doch. Ähm, ah, obwohl. Lass mal das Inventar, wie es ist. Von Ursula. Der Gasgehalt in der Luft der Ruine ist beträchtlich gesunken. Wir werden bald unseren nächsten Einsatz beginnen. Triff dich kampfbereit am Ruine-Eingang. Die kommt nicht mal mehr persönlich vorbei. Alter, ist die Musik laut gerade, ne? Die dritte Ruine ist oben gewesen, ne? Am Arsch der Welt, ich erinnere mich. So. Achso, die Gürtel. Moment. Und die Tiere knüpfen. Feuertopf beginnt in zwei Stunden. Na dann müssen wir wahrscheinlich hier erstmal bleiben. So. Hä? Was ist denn das mit dem scheiß Qualitätsleder? Was fehlt denn da jetzt noch? Ist das das Alu genauso? Nicht genügend Rohstoffe. Ach, Pigmente, Regenbogenblume. Äh. Ich geh mal pikern. Pigmente kaufen. Okay, lange warten. Obwohl, ich kann den Scheiß dazu herstellen. Nicht nur so. Beziehungsweise habe ich die Blume dafür? Glaub nicht. Äh. Ja. Ja. Was soll's? Ich baue den Scheiß mal. Nicht, ich kaufe es mal wieder. Okay. 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 Eine Stunde. Feuerdopf. Gut, der Schlüssel. Hm. Jo. Das war ja hier unten. Ich erinnere mich. Wie jetzt gemein wäre, würde ich mal den Dünger reinballern. Das war ja hier unten. Okay. Äh. Nee, äh. Moment. Ich erinnere mich. Well, fuck it. 10K, was soll's? Hi. Good job. Ich will nichts essen, ich äh... Achso. Moment. Schill kann ich nicht rein tun, das ist ja merkwürdig. Stimmt, da war ja was. Achso, weil das diese beschriebten Hot Chili Pepper Dinger waren, ne? Ähm. Oh. Oh. Oh, Entschuldigung. Ich wollte hier nicht, ähm. Oh. 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 Was können wir da noch reinballern? Salz. Fleisch. Fisch könnten wir noch rein tun. Pilze. Oh ja, Schrimps ist gut. Oh. 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 Äh. Wie lang geht das noch? Gar nichts rausgekriegt bei Albert. Okay. Mal gucken. Also muss der Balken jetzt voll oder? Ist einfach irgendwann Schluss. Ich hoffe das gerade nicht. So, wir hatten doch auch... Ne. Ah, okay. Ist einfach Schluss. Okay. Hi. Ich liebe es wirklich. Vielen Dank. Ach so, Wintermarken. Frosthose. Ja, bin ich gerade irgendwie erst winterfest oder so? Ich erinnere mich da gar nicht mehr so dran, wie die Wintersonnenwende war. Na geh, leg los. Alles wartet. Noch Schneeballschlacht. Hey, wir hatten noch vor kurzem eine Schneeballschlacht. Hä? Hä? Sag mal, ernsthaft? Wir hatten doch vor kurzem erst Schneeballschlacht, oder? Bin ich jetzt doof? Oh. Wir hatten doch wirklich vor kurzem erst Schneeballschlacht, wenn ich mich recht erinnere. Okay. So. Vielen Dank.